Sehr geschätzter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man den ein oder anderen Debattenbeitrag von der rechten Seite dieses Hauses gehört hat, dann könnte man ja denken, wie gut man im Verdrängen und Vergessen zum Beispiel der Bilder aus der Lombardei ist. Aber das Gegenteil scheint doch genau der Fall zu sein. Ich glaube, dass die Rechtspopulisten auch in diesem Hause sich der Gefahr dieser Pandemie mehr als bewusst sind, dass sie bewusst negieren, dass sie bewusst runterspielen, dass sie bewusst fürs Leutnen des Virus werben, weil sie wollen, dass diese Pandemie in Deutschland voll zuschlägt. Sie sind gemeingefährlich, weil sie wollen, dass es Deutschland schlecht geht, damit es ihnen gut gehen kann. Aber das Spiel lassen wir Ihnen nicht durchgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen, dass es Deutschland gut geht. Wir wollen, dass Deutschland gut aus dieser Krise kommt. Das geht nur mit Solidarität. Das geht nur mit Abstand. Das geht auch nur mit Maske, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin froh und dankbar, dass die Mehrheit des Deutschen Bundestages hinter dem Schutz der Bevölkerung steht. Wir sind alle gefordert, nicht nur den gesundheitlichen Schutz unserer Gesellschaft sicherzustellen, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie zu bekämpfen. Man kann über Wege streiten. Man kann darüber streiten, wie man da hinkommt. Aber ich bin der festen Überzeugung, man muss jetzt entschlossen und man muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln handeln. Einen zurückhaltenden Staat kann sich in dieser Krise heute keiner leisten. Das ist der Grund, weswegen wir 413 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um die wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen dieser Corona-Pandemie zu bekämpfen. Wir nehmen Geld in die Hand für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Sicherung von Arbeitsplätzen, für die Unternehmen, für Große und Kleine. Wir bringen die Digitalisierung in unserem Land voran. Wir fördern unsere Krankenhäuser. Wir investieren in Forschung und Entwicklung. Wir nehmen Geld in die Hand, um unsere Industrie fit zu machen für das 21. Jahrhundert. Und ja, das bedeutet Schulden machen. Und ja, auch mehr Schulden als einem Haushälter in normalen Zeiten eigentlich lieb sein könnte. Aber was ist die Alternative dazu? Das, was hier von einigen gefordert wird. Wir dürfen und wir wollen den Aufschwung, den wir gerade erleben, der sich manifestiert in Wirtschaftszahlen, in den aktuellen Arbeitslosenzahlen, in der Steuerprognose, wir dürfen diesen Aufschwung doch nicht durch das Streichen von Konjunkturanreizen jetzt gefährden. Der Wirtschaftseinbruch ist abgefedert. Viele Branchen sind wieder in schwarzen Zahlen. Und die, die es noch nicht sind, den wollen und den werden wir helfen. Für uns gilt, die Schulden, die wir heute machen, die Investitionen, die wir heute tätigen, das sind und das bleiben die Steuereinnahmen von morgen. Und sind wir doch ehrlich. Es gibt einige, auch hier im Hause, die wollen gerade bewusst Axt an unseren Staat anlegen. Es gibt diejenigen, die unter dem Deckmantel der Krise das einreißen wollen, was uns gerade auch in dieser Krise stark gemacht hat. Wer jetzt fordert, den Bundeshaushalt zusammenzustreichen, keine neuen Einnahmen zu generieren, der will in Wirklichkeit doch nur seine Agenda der Privatisierung hier durchsetzen. Der ist Lobbyist im Parlament für den Abbau dieses Staates. Und der gefährdet die innere Sicherheit. Der gefährdet die äußere Sicherheit. Und der gefährdet die soziale Sicherheit. Und ich möchte diejenigen, die das tun, dann doch auch bitte auffordern, ehrlich zu sein. Wer diese Reden hält, der möge doch bitte auch den Rentnerinnen und Rentnern konkret die Rentenkürzungen ankündigen. Der möge doch bitte den Rentnerinnen und Rentnern ankündigen, dass die Lebensleistung in Zukunft nicht respektiert wird. Wer diese Reden hier hält, der möge den Bundespolizisten und den Zollbeamten doch bitte ankündigen, dass die lang ersehnten und gebrauchten Kolleginnen und Kollegen nicht eingestellt werden und dass die Beförderungen ausbleiben werden. Wer diese Reden hier hält, der möge den Bürgerinnen und Bürgern doch bitte auch sagen, dass das mit dem Klimaschutz und der Digitalisierung ausfallen wird. Und wer diese Reden hier hält, der möge der deutschen Wirtschaft aussagen, dass die eingeplanten Konjunkturpakete, die Investitionen in Zukunftstechnologien, dass das alles nicht kommen wird. Das gehört zu einer ehrlichen Debatte dann nämlich auch dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber das müssen wir nicht tun. Unsere Verfassung ist an dieser Stelle eindeutig. Sie sagt nämlich, du musst in Krisenzeiten nicht den Staat kaputt sparen, damit du kurzfristig die abstrakte Schuldenbremse einhältst. Und darum ist es richtig, jetzt auch viel Geld für die Bekämpfung dieser Krise in die Hand zu nehmen. Darum ist es richtig, den Staat gerade in der Krise zu stärken, damit er ein verlässlicher Partner für die Menschen in diesem Land sein kann. Und damit er sein Versprechen erfüllen kann, nämlich die Sicherstellung von sozialer, von innerer und von äußerer Sicherheit. Und das Versprechen nach sozialer Sicherheit lösen wir insbesondere mit Dingen ein wie die Leiharbeit. Ein Instrument, um das uns viele Staaten beneiden und das vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in diesem Land eine Beschäftigungsperspektive bietet. Und umso dumpfer, eben gerade weil uns so viele Staaten darum beneiden, wirkt doch auch manche Kritik daran. Kritik wie, Herr Präsident, ich zitiere, die Arbeitnehmer würden sich noch daran gewöhnen, ohne Arbeit zu leben. Ich finde, das ist an Zynismus kaum zu überbieten. Und es ist gerade deswegen an Zynismus kaum zu überbieten, wenn man bedenkt, dass wir hier über Menschen reden, die tagtäglich um ihren Arbeitsplatz bangen und die lieber heute als morgen wieder Vollzeit arbeiten würden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn dann dieses Zitat noch von jemandem kommt, dessen Leistung ist, Geld für sich arbeiten zu lassen, dann leistet der eben selbst auch keinen substanziellen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise und sollte vielleicht sich etwas zurückhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen keine pseudoklugen Ratschläge aus der eigentlichen politischen Vergangenheit. Wir brauchen einen Staat, der die innere, die äußere und die soziale Sicherheit in Deutschland gewährleistet und sie auch finanziert. Und weil uns das bewusst ist, verhindern wir aus Überzeugung, dass diese Krise zum Raubbau an unserem Gemeinwesen genutzt wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Erhard Rundel.